So, also dann, hallo und herzlich willkommen zurück. So weit sind wir dann auch schon. Wir melden uns jetzt live mit dem allerletzten SaphiraTV-Team-Preview für das Kiev Major. Oh ja, ich will jetzt so dieses Mal nicht so lange drumherum labern. Und ich denke, jeder, der die 15-Vorherigen oder die Serie so ein bisschen nebenbei verfolgt hat, der weiß eh schon lange Bescheid. Es wird IG Invictus Gaming ist mit am Start. Die Jungs machen den Abschluss unserer Team-Preview-Reihe der Mutterfahnen von IG Vitality. Die sind quasi mit zwei Teams auf dem Major vertreten. Und auch bei IG entdecke ich einen der Trends in der CRS-Szene, in der China-Szene, die ich aktuell sehr gerne beobachte. Burning zusammen mit Q. Ein relativ erfahrenes Duo. Burning ja sowieso der Legenden-Carry. Von vielen immer noch der Meinung, einer der wohl besten Carries tatsächlich überhaupt. Aber ja, er ist auf jeden Fall eine Legende. Er hatte diverse Abstecher nach anderen Rollen. War auch zwischendurch mal Support-Player. Hatte letztes Major schon für IG Vitality eingesprungen, wo es aber nicht ganz so geklappt hat. Ansonsten, ja, mal sehen. Q, der Legenden-Drafter, der auch schon beim International Five, damals der Käpt'n von Sidiq, war. Also damit haben sie auf jeden Fall, denke ich, Spieler dabei, die sehr erfahren sind. Dann OP, XXS und Boboka eher so die zweite Riege der nachkommenden Upcoming China-Stars tatsächlich. Und ja, das muss auch nicht unbedingt verkehrt sein. Boboka hatte mit dem Rick hier und dem Triple-Arc-Wähler-Bild tatsächlich auch ganze Paps geprägt. Ob es jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist, das ist so ein bisschen die Frage tatsächlich. Aber ja, ein Team, die auf jeden Fall schon einiges erreicht haben. Und wenn wir auf die recenten Ergebnisse schauen, erster Platz im Vorfeld zum Kiev Major vs. OG auf den DACs, den Dota Asia Championships. Sie haben sich den Platz geholt und wir gegen OG im Winner-Bracket-Final noch 2-1 verloren im Finale, dann 3-0 sie vernichtet ohne eine Chance. Also OG hat auf jeden Fall ihre Ambitionen unterstrichen, ganz oben mitzuspielen. Auf den Kiev Major-Qualifiers im Vorfeld gegen IG Vitality sah es noch eher nicht so gut aus, eher so lala. Zweiter Platz geworden gegen den Schwesternverein. Auf die AC sind sie dann doch vorbeigezogen. Die anderen Turniere, wo sie sich ganz gut platziert haben, war noch die Dota 2 Professional League, wo sie gegen Newbie dritten, vierten Platz geholt haben. Dota Pit war eher unter der Erwartung tatsächlich, als sie vierter Platz geworden sind, gegen Faceless vor allem in dem BO1. Aber in Best of Ones hat Faceless schon immer gezeigt, dass sie auf jeden Fall gefährlich sein können. Aber trotzdem ist das definitiv nicht der Anspruch eines IGs, gegen Faceless zu verlieren. Aber man merkt, sie haben sich immer mehr und mehr gesteigert. Von Dota Pit bis zu der Professional League zweiter Platz und dann DAC scheint der Knoten geplatzt zu sein. Auch die Ergebnisse gegen die anderen Teams aus China lassen sich sehen. Newbie 6 zu 3, IG Vitality 8 zu 5. Gegen Vichy Y und Team Random sogar keine einzige Niederlage kassiert. Also IG wird in der Szene immer, immer stärker. Und ich möchte auch jetzt gerade gar nicht allzu sehr um die Ergebnisse gegen den anderen Teams herumreden. Die haben wir teilweise ja auch schon oder nicht nur teilweise bei allen anderen Previews schon gesehen, worauf es jetzt ankommt, die Game-Statistik. Und was sagt uns das über IG Vitality, IG normal aus Invictus Gaming? Das ist eine Zahl. Seit 7.04. 54 Games. Ein so erfahrenes Team im aktuellen Patch haben wir nicht auf dem Major. Und noch dazu kommen 40 Games gewonnen, 14 verloren nur. Gut, da muss man auch fairerweise gestehen, da kommt die EC, wo sie halt die volle Weite an Games gehabt haben. Sind ja dann auch nochmal ins Winner, ins Lower Bracket gedroppt. Haben gewonnen, dann im Grand Final wieder auf OG. 54 Games, klar, sie haben die DEC auch gewonnen. Logischerweise sind nicht allzu viele Games verloren. Aber auch abseits noch in der Season der Professional China League sind sie am Abgehen. IG unter der Führung von Q und Burning, den Veteranen, auf jeden Fall sehr stark sich etabliert. 24 mal Radiant, nur 30 mal die Dyer-Seite. Leichte Tendenzen erkennbar, wobei ich da nicht wirklich bei der Anzahl an Games von dem Muster ausgehen würde. Viel interessanter, die Average-Kills, 26. Also IG macht verhältnismäßig viele Kills und stirbt kaum. Nur 20 Average-Dev in 54 Spielen vor allem. Man muss es bedenken, das ist halt Average. Average-Zahlen sind tatsächlich sehr impressive auf so viele Games und einen so guten Schnitt zu haben, sowohl an Kills als auch an Devs. Während die Average-Zeit tatsächlich sehr kurz ist. Das heißt, IG hat, gewinnt ihre Spiele. In dem Falle muss man wirklich sagen, gewinnen, weil sie ja tatsächlich am Gewinnen sind. Verdammt, verdammt schnell holen sich dabei viele Kills und sterben kaum. Was gibt es an besseren Stuts tatsächlich? Also das ist, ja, absolut Königs-Ralf. IG Invictus Gaming. Sie sind das Team-TB tatsächlich auf dem Kiew Major. Pick-Statistik-Technik auch sehr interessant. In 50% ihrer Spiele ist immer noch eine Lina dabei. Gut, die war zum Zeitpunkt auch von 7.4 der absolute Primus. Aber auch abseits noch viel gepickt. 81% Winrate. Ich kann mir vorstellen, dass auch IG weiterhin an der Lina haften bleiben wird. Sie ist mittlerweile kein First-Pick-Material mehr, aber noch, ja, immer noch ein sehr guter Pick tatsächlich. Monkey King verhält sich ebenfalls. Er wurde jetzt genervt, aber scheint nicht weiter im Pick-Track-Drum zu sinken. 20x 80% der Winrate und ähnlich Legion-Commander. Das sind die 3-Meter-Helden, ne? 16x Legion-Commander, 87% der Winrate. Also wenn Leechner auf der Seite von IG ist, dann würde ich meinen, ja, schon gut auf meinen Hintern aufpassen. Der Held scheint ziemlich abzugehen. Aber, ja, was jetzt noch vor allem viel interessanter wird. Jetzt kommen wir zu den 3-Picks, die nicht ganz so Meter sind. Tinker sieht man aktuell kaum. Könnte ich mir aber vorstellen, dass wir ihn dann von der OP öfter sehen. 37% nur Winrate. Aber wir sind in einem Meter, was von mir und Fever oder von Safira TV ja oft als vielleicht wird sein Split-Push zum Major-Predicted wird. Und ich habe das Gefühl, dass auch der Tinker da eine große Rolle spielen könnte tatsächlich. Spectre, so der good old Burning Hero, tatsächlich auch in relativ vielen Matches dabei. 71% Winrate. Rave King 83 oder so. IG spielen und experimentieren auch viel mit so den Carries zweiter Garde tatsächlich. Und es sieht danach aus, als wären sie auch ziemlich erfolgreich damit. Aber das ist halt das geballte Carry-Wissen von Burning. Ich glaube, es gibt keinen Hero, auf dem Burning seine Teams noch nicht gecarried hat. Und dann hat man natürlich auch den Freiraum, sowas zu picken. Helden, die sich über das Meter verändert haben. Aber anscheinend in den richtigen Struts, in den richtigen Helden immer noch, ja, fähig sind. Also sehr ausgewogene, sehr interessante Struts. Jetzt auf der einen Seite diese Tendenz zum starken Meter hin mit Lina, Monkey King, Legion. Auf der anderen Seite, ja, Tinker, Spectre und Wave King. Also das ist dann ja doch schon mal was ganz anderes tatsächlich, was wir hier von IG sehen. Und abschließend jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz meine Prediction gerade. Top 4 ist die Erwartung und ich denke auch das Ziel, spätestens nach dem Gewinn der Dota Asia Championships, muss das auch das Ziel von IG sein. Wenn nicht sogar ganz der Thron. Ich habe da aber so ein bisschen meine Beengen. Ich denke, dass dieses Major auf jeden Fall eher im Zeichen der China-Teams stehen wird. Und ja, erwarte da Großes von den Chims aus dem fernen Osten, aus dem Land der Reises oder so ähnlich. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es IG gewinnen wird. Das ist so eins der Phänomens, dass Teams das direkt vor den Majors abläuft. Wir erinnern uns auch so an Manila, OG, TI, wo es dann gar nichts. Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ich glaube, es wird ein chinesisches Finale geben zwischen meinen Top 4 Teams. Jetzt sind sie alle revealed. IG, Newbie, OG und IG. Sehr viele Gs drinnen. Ich erkenne ein Muster. Nur Newbie sticht raus. Und wenn es so kommen sollte von meinen Erwartungen von den Matchups her. Gut, im Endeffekt Single Eliminations können auch Matchups mir natürlich dazwischen funken. Aber ich würde eher mit einem Finale IG gegen Newbie rechnen. Das wären so für mich die beiden Finalteilnehmer. Je nachdem, wie sich das Bracket entwickelt. Und ja, ich denke, dass es Newbie machen wird. Ich glaube nicht, dass IG das Major gewinnt. Ich habe sie, sind für mich das absolute Favoritenteam. Auch nach der Performance auf DEC. Versteht mich nicht falsch. Aber so von meinen Erwartungen. Ich glaube nicht, dass sie es gewinnen, obwohl sie der Favorit sind. Ich denke, so kann man das stehen lassen. Lassen meine Worte aber gerne Lügen strafen. Und zum Abschluss der Series würde ich natürlich auch gerne wissen, Wer meint ihr, gewinnt das Major? Ihr habt jetzt, denke ich, die meisten der Team-Previews gesehen. Wer meint ihr, macht's? IG, Newbie, wer ganz anders? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns Montag ab 8 Uhr in der Früh. Zum Beginn der Gruppenphase des Kiews Majors. Das war wieder euer Blacklight von SaphiraTV. Danke, dass ihr mich auf diesen coolen Team-Preview-Videos so begleitet habt. Bis zum Livecast. Untertitelung des Kiews Majors.